Sooo... Okay, den könnte ich... Könnt, könnte ich... Könnt, könnte ich... ...dürfte relativ schnell erledigt sein, die Sache... ...erfallen... ...und... 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 ...bem... ...dürf... 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 Das ist ein schönes Ding. Ich spiel Ich spiel Ich spiel Ich spiel Ich spiel Talala Ahja Was soll das hier? Ich spiel Kubolski Ich spiel 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 Lasst den Tag nie vom Abendlo Ich beginnen Utidée Dann machen wir hier weiter ährt von 1558 Düm 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 Ach, dieser... dieser... dieser Abfacken... Nein, er läuft da direkt durch! Sau! Was soll das denn? Ja, er läuft direkt durch... So, wo ist sie? Wunderbar! 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bisschen auf seiner Seite. Bisschen hat er das Glück auf seiner Seite. Gibt natürlich gar nicht. Wenn ich gewinnen will, dann darf er nicht das Glück haben. Dann muss ich Glück haben, verdammte Axt. Nein, 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 nein. Dann können wir nicht durchschauen. Oh, ja. Der war gut. In the underground. In the underground. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oha, der war schlecht. Schlechte Verteidigung von mir. Das war eine schlechte Verteidigung, muss man ein bisschen aufbauen, der ist hier wieder am Kampf. Moin! Kannst du Clash of Clans spielen? Nee, bin kein Clash of Clans Profi. Moin, Daniel, sei gegrüßt. Das läuft gar nicht so richtig so, wie ich das will, ehrlich gesagt, aber ich spiele mich zu langsam ein. Alter, jetzt muss ich doch mal durchkommen durch die Verteidigung, gibt's doch gar nicht. Scheiße. Mann, hey! Gut, okay.